Yo, da sind wir wieder bei Tales of Phantasia. Wir sind... Achtung, Moment. So. Äh... Hier, ich hab mich ja ans andere Ende der Ebenen von Van Halama nochmal durchgekämpft. Hust, hust. Und nun geht's daran, äh... zu Daos, das Schloss zu kommen. So, ich laufe hier gerade so ganz sicher durch die Gegend. Denn ich möchte natürlich erst einmal noch eine Technik holen, die hier ist. Und zwar hier. Äh, hier. Hey, ihr bist ein Schwertkämpfer! Möchtest du das Geil, um gute Technik kaufen? Gute Hemmtechnik? Jemand hat das gegeben, aber es gehört zu einer anderen Schule. Ich folge nämlich eine besondere Lehre. Wie sieht's aus? 50.000 Geld und das Geil dir. Ja, klar. Lightning Tiger Spear. Nur haben wir, glaube ich, immer noch kein Light Spear, um das einzusetzen. Mein Akkordier. Schauen wir mal eben. Ähm... Lightning Tiger Spear. Ja, wir haben leider immer noch kein Light Spear, um das zu benutzen. Genauso haben wir auch kein Beast und immer noch kein Light Spear. Aber da fahren wir, glaube ich, alles andere auf 100. Also von daher... Ja. Wollen wir nun mal zu Daos gehen. Ich habe mir den Weg natürlich so ein bisschen rausgeschrieben. Einfach mal nicht, um hier... Um hier nicht ewig herum zu irren. Aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wo ich hin muss, deswegen... Muss ich mal gucken. So, wir müssen jetzt in einem Großen sein. Jo. Von hier aus geht's nach rechts weiter. So, hier oben haben wir das letzte Mal... ...die... 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 ...die Schrantu da wieder heißt fertig gemacht. Ah, und das war sogar richtig. Gut. Weil es gab noch einen anderen Ausgang und ich wusste nicht, ob es der oder der hier ist. So. Oh, schöne Musik in Daos Schloss. Hm. So, und jetzt sollen wir das hier mal ein bisschen umschauen. Äh... So, was haben wir hier? So, eine Truhe. Ein Aqua Cape. Und jetzt kommen die Gegner. Nein! 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 Ich hasse euch. Ja, ist ja gut. Genau, heu mit Maxwell eine rein. Das sind so wirklich böse Gegner. Vor allem in der Kombination, wie sie gerade neben mir stehen. Wie viel hast du eigentlich noch? Möchtlich gern wissen. Boah, viel zu viel. Oh, Indignation sehen wir endlich mal. Aber doch. Damn. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat mir nicht gezeigt. So, das Dobe ist, ich treffe es ja auch nicht immer, ne? Ähm, aber was ich gerade gesehen habe... Er kommt erst mal jetzt in Technik. Ich glaube, die hatten eine Windschwäche. Oh, cool. Jetzt habe ich den Händen voll erwischt. Deswegen, Ember. Du darfst... Äh... Quatsch, Knopf. Du darfst Cyclone machen und Thunder. Moment. Doch. Aber kein Double Fall. Weil ich glaube, die... Wenn die schon Windschwäche haben, werden die auch Erdelement haben. So, ich muss jetzt am besten nicht in die Mitte kommen, weil das wäre sonst ziemlich tödlich eventuell. So, das Coole ist halt... Sie können Ember einfach mal nicht treffen. Weil Ember viel zu hoch ist. Aber dafür können sie alles andere in meinem Team vernichten. Einfach so. Vor allem, wie sie gerade mit übel zugerichtet haben. Ähm... Viel auf dich selbst und auf mich. Dann haben wir nichts verloren, glaube ich. Leuchtfeuercapes. Ja, nicht Capes. Cape. So, die Seite haben wir abgeschlossen. Dann auf zur anderen Seite. Aber natürlich muss nochmal die ganze Gruppe kommen. Rising. Rising. Genau das meine ich. Das ist so beschissen bei denen. Man kann einfach nichts machen. Erst... Der eine kloppt einem sofort wieder weg. Der andere kloppt dem auch dann wieder weg. So. Ich bin gerade vorbei. So, genau so. Konzentrier dich mal auf mich. Und lass die anderen in der Mitte in Ruhe. Was macht eigentlich mit Wind dahin? Ja, lass dich mal mit in Ruhe. Hallo. Was machst du denn für Maschinengewehr, Arm? Debriefall. Hey, hab ich hier die Debriefall nicht gerade eben verboten? Ja. Zeig doch, es zieht nichts ab. Ich hab's doch eben verboten, oder nicht? So. Mind ist gleich weg. Mind ist gleich tot. Danke, Mind, dass du immer wieder in die Attacken reinläufst. Ember belebst immer wieder. Moment. Kann ich nicht die... Reihenfolge irgendwie ändern? So, jetzt bleibst du wenigstens da hinten. Boah, das ist echt so mies. Mit diesen beiden Eisengolems. Ich hab's gemacht. Mies. Mies. Sag ich. Und es kommen auch anscheinend keine anderen Gegner. So, hier, hier und da. Moment, die First Aid. Und ich weiß, irgendwo findet man noch was an einer Rüstung oder so. Deswegen untersuch ich die jetzt auch alle schön. Weil dann irgendwo findet man, glaub ich, ne Waffe. Ja. Oh, ja. Wieso nicht noch mehr? Na gut, ich hab den anderen getroffen. Aber das hab ich dir dahinten nicht getroffen. Boah, böses Thunder Blade. Ja, hau mir noch einen rein. Sonst noch Wünsche? Danke. Danke, dass du wenigstens schnell mit Nurse hinterherkommst. Das ist voll asozial hier, dass die Gegner so weit auseinander sind immer. Ja, tschüss, Mint. Das überlebst du nicht. Doch, überlebst du. So, jetzt schnell zu einer anderen rüberlaufen. Ja, ja, heil. Und dann... Ich bin natürlich der Einzige, der hier wirklich kämpfen kann und so. Alle anderen denken sich, no, ich steh nur rum, ich mach nichts. Nein, doch. Ja, jetzt greifst du an. Wo ich hier schon halb wettend fertig bin. Ich gewinne, ich gewinne! Boah, das wird ein Spaß hier drin. Immerhin hat man etwas Neues gelernt. Du hast hast doch ein schönes gelernt. Schapen, das brauche ich nicht. Ohlala. Moment. Spargelzeichen Schwert. Mech-Helebade. Helebade. Können wir noch eine bekommen? Nein. Ähm... Ja, Ausrüstung. Ausrüstung, was? Mech-Helebade ist besser, ja. Normale Helebade nicht. Dann nehmen wir schon mal die Mech-Helebade. Hat auch kein Element. Das ist auch gut so, weil... Ich steh nicht so auf Waffen mit Elements. So... Hm... Das hab ich nur mal bekommen, aber das hab ich schon. Na gut, wenn ich's schon habe, dann hab ich's doch mit Sicherheit schon einmal, äh... Normal gemacht und von daher wird's nichts besanders sein. So. Das sind mit Sicherheit keine Magie, das weiß ich. Dafür vergewalten sie gerade. Wind dahinter, mit ihrem Tentacle. Rape. Oh. Ach, du kannst auch Luna. Ja, wir sind das mal auch nicht ein, wenn man's braucht. Wie ihr die Viecher einfach mal ganz locker fertig machen könnt. Aber nein, ihr macht das einfach nicht. Nur um mich zu ärgern. Gib's zu. So. Gehen wir hier wieder raus. Und nach rechts weiter. Da ist, wie man sieht, abgeschlossen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier wird jetzt Statuen was. Ja, hinter der Statue hat sich ein Gegner versteckt. Ja. 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 Sword Reign. So. Perfekt. Der Hellebada habe ich auch so eine riesen Reichweite. Da treffe ich die alle locker hier. Ja. 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 Das hat gut gesessen. Und jetzt noch Luna. Maxwell. Oder Maxwell. Und oficial. Und jetzt noch. Andini! Ich habe es! Geil! Neue Attacke zum Reinbämsen! Die Musik ist auch verdammt cool hier in dem Schloss. Kann man da auch noch was finden? Oh, noch eine Elevarde! Geil! Oh nein, Erdeckner! Take that! Oh! 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 Eistornado. So, jetzt mache ich euch erstmal mit Swartrain ein bisschen das Leben zur Hölle. Komm, treffe ich die letzte auch noch? Nein, natürlich nicht! Jetzt treffe ich dich natürlich, jetzt wo ich es nicht mehr brauche. Swartrain! So, jetzt kann ich mit Swartrain aber alle treffen. Nein! Ja, komm, du darfst auch mal! Hau hier einen Gnom rein! Hau hier einen Gnom rein! Hau hier einen Gnom rein! Thunderblaze! Ha! Ich habe es geschafft! Oh, ein Fragezeichen-Schwert! Ein neues Fragezeichen? Hau hier! Hau hier! Nein, das ist das Langschwert! Da ist nichts! Noch eine Mechelibarde! Ja, hier fehlt noch eine Menge davon! Nein! Ha! Ha! Swartrain! Ja, ich wollte keinen Swatrain machen. Komm, zaubert schneller, zaubert schneller. Natürlich sind die Gegner schneller. So, ich möchte einen Nurse. Ja, aber ganz schnell. Und noch ein zweites, am besten hinterher. Mint. Nochmal. Nurse. Wenigstens kann sie sehr schnell heilen. Ja, komm. Ich kann es mir am besten erst mal auf den Shortcut legen. Und zwar... Nein, das wollte ich nicht machen. Das habe ich gerade weggemacht. Swatrain. Shortcut 1 ist Nurse. Müsste der auf A sein. Yay, Thunderblade. Yay, Thunderblade Nummer 2. Stippst du endlich mal? Danke. Ich kriege die noch nie im Leben dahinten nochmal. Immerhin das klappt. Perfekt. Mal sehen. Kriege ich die noch, bevor sie zauern? Immerhin den einen. Ach cool, ich bin der einzige, der Schaden bekommen hat. Das ist gut. Da habe ich mit meiner riesen helle Bade als Hützableiter hier den ganzen Schaden zu mir gezogen. Luna Laser. Dämms. Wow. Das hat Gutes abgezogen. Hey, Klaus hat Level ab. Sonst bin ich wieder hier. Bei mir gibt es sonst keinen anderen Weg. Also gehen wir hier oben weiter. Durch die Tür. Oh, hier war ein mystisches Symbol. Ich wusste noch, irgendwo hier an der Stadt war auch was. Äh, den Mardering brauche ich gerade nicht. Mystisches Symbol. Ja, das war das, was ich brauche. Auf jeden Fall. Oh ja. Nun geht Amber richtig ab. Ja, du bist ein Brüder, willst du dich eigentlich jetzt auch. Wow. Hallo, wie schnell war das denn? Oh yeah. Jetzt ist Party angesagt. Oh. Okay, Amber wurde gerade Amber. Hey, das passt dir. Amber wurde Amber. Ha, ha, ha. Verdammt.